Jo Freunde, Tilos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und Leute, es ist wirklich passiert, es ist kein Clickbait oder sowas, was ihr denkt, ja. Es ist wirklich passiert, ich habe fucking CR7, ich habe Ronaldo Team of the Season gezogen, Leute. Oh mein Gott, und das ist gerade meine absolute Live-Reaction, ja. Ich hab's leider nicht aufgenommen, Leute. Eigentlich wollte ich das garantierte Serie A Tots Pack machen. Jetzt allerdings werde ich's nur besprechen, ob sich das lohnt oder nicht, weil, ja, wir gehen auf jeden Fall gleich drauf, was man abgeben muss. Aber ich habe davor einfach ein 80-Plus-Pack gemacht. Einfach so random, ich dachte mir, komm, mach ich davor und vor der Aufnahme noch ein 80-Plus-Pack und hau den Spieler dann in das Pack, weil ich das Pack eigentlich machen wollte. Jetzt mach ich's aber nicht mehr, weil ich einfach CR7 gezogen habe, Leute. Ich habe fucking CR7 gezogen, ihr seht das gleich, also ich hab das 80-Plus-Pack geöffnet und dann hab ich auf Aufnahme gedrückt, weil leider ich nicht dachte. Also ich hab nicht auf Aufnahme davor schon gedrückt, weil wer rechnet damit, dass der krasseste Spieler, den man ziehen kann, da rauskommt, ja. Oh, ich bin immer noch, Leute, ich bin, ich bin am Zittern, ich bin immer noch, mein Herz rast, ich bin immer noch hin und weg. Und, ja, ich werde eine Review machen, ich werde eine Review zu Cristiano Ronaldo machen. Oh, mein Gott, Leute. Ja, wir sprechen aber jetzt kurz noch und danach seht ihr das Pack und danach seht ihr auch, dass ich den Spieler in den Verein tue und da oben Celos YouTube steht. Ja, genauso wie jetzt, genauso wie das jetzt seht, wird auch da oben dann wieder Celos YouTube sein, also nicht, dass ihr denkt, das ist Fake. So, wir besprechen ganz kurz, was hab ich gemacht, ich bin zurückgegangen. Wir sprechen ganz kurz die SPC, denn, ich muss eigentlich noch gucken, was wir abgeben müssen, denn wir müssen hier ein 86er-Waiting abgeben. Ein fucking 86er-Waiting, und das finde ich zu viel, weil es gibt im Serie A so viele schlechte Spieler, also so ein Mertens, so ein Insignia, ein Ronaldo, ein Hernandez, solche Spieler lohnen sich. Aber die meisten halt, finde ich, lohnen sich nicht und die SPC kostet, wenn es schon aktualisiert ist auf Footbin, und das ist sie, glaube ich, 150.000. Also, könnte man machen, weil die Teamchemie sehr gering ist, aber ich werde es wahrscheinlich nicht mehr abschießen, weil wen will ich noch ziehen? Wen will ich natürlich ein Mertens, natürlich ein Insignia, wäre ganz cool, Lukaku wäre auch okay, oder ein Hernandez wäre auch okay, aber Leute, ich hab fucking Ronaldo gezogen. Und jetzt kommen wir auch zum Pack, Leute, ich will das Video nicht in die Länge ziehen, und dann sehen wir uns gleich wieder zum Pack. So, Leute, und hier seht ihr das Pack, und schaut euch an Ronaldo, und dann auch in der Mitte so, wie so, keine Ahnung, so ein Perfekt, einfach nicht rechts, nicht links, sondern in der Mitte. Und gleich werdet ihr sehen, ich hab das jetzt ein bisschen verzögert gemacht, gleich werdet ihr sehen, sonst spule ich vor, dass ich Ronaldo den Verein tue, genau, dass ich Ronaldo erstmal abhole. Jetzt seht ihr gleich da oben, warte, ich tue Ronaldo den Verein, jetzt seht ihr, oh, jetzt, komm, erstmal FGS tauscht es gut, die wurden auch besprochen. Jetzt seht ihr da oben, zählt aus YouTube, Leute, und jetzt werde ich den gleichen Verein tun, nur damit ihr Bescheid wisst, nur damit ihr nicht denkt, hey, das ist Fake. Oh mein Gott, hier wollte Ronaldo den Verein tun, aber ich hab den schon doppelt, da, da seht ihr den, aber ich hab den ja schon, ich hab den, äh, die, äh, Champions League Karte, da unten rechts, seht ihr das, ich hab die Champions League Karte von ihm geholt, und, ähm, ja, beziehungsweise, äh, nicht geholt, ich hab den auch gezogen, untauschbar, und ich habe einfach die beste Karte im Gesamtspiel, Leute, ich bin Ronaldo-Fan, seit ich denken kann, ich bin Ronaldo-Fan, seit ich denken kann, also Ronaldo passt zu mir, und ich habe die beste Karte, einfach, die man ziehen kann, gezogen, ja, hier seht ihr das, Erstbesitzer, untauschbar, und jetzt werde ich ihn da oben noch hin tun für Barella, wartet, ja, jetzt geh ich ein paar Mal drauf, weil, um das zu beweisen, jetzt tue ich ihn zu Barella, und, äh, ja, Leute, dickes GG, ich hab ihn gezogen, what the fuck, ich bin damit raus, Leute, haut da rein, bis dann, und, ciao.